Ich bin Florina Rösch, bin 21, komme aus St. Gallen und gehe bald auf Abu Dhabi an die Berufsweltmeisterschaft als Bekleidungsgestalterin. Florina ist eine sehr zuverlässige und kompetente Mitarbeiterin. Sie kann sehr gut auf die Leute zugehen, aber auch im stillen Kämmerchen arbeiten und schöne Dinge entwickeln, die von einer hohen Qualität zügen. Ich habe einen Tag in der Woche frei, als ich für die Weltmeisterschaft trainiere. Dann mache ich drei Trainingseinheiten. Dort trainieren wir alle Modulen, die ich machen werde, in Abu Dhabi, sei es zeichnen, sei es abformen, sei es nähen, trainieren. Wir haben im Team auch Teambuildung. Das Mentaltraining ist ein grosses Thema. Das bringt persönlich viel weiter. Ich erhoffe mir wirklich, dass es ein einmaliges Erlebnis wird sein. Dass ich da immer in Erinnerung behalten werde. Und der Medaillenrang wird natürlich erklärt. In der Medaillen, der der Medaillen gebläht bleibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.